Meine Damen und Herren, geehrte Gäste, ich danke Ihnen aufrichtig, dass Sie sich heute zu mir gesellen, während wir uns auf eine detaillierte Erkundung der beklemmenden Geschichte von Josef Mengele begeben, der berüchtigt als der Todesengel von Auschwitz bekannt ist. Unsere Erzählung wird in den Abgrund von Auschwitz eintauchen, die schwer fassbare Flucht vor der Gerechtigkeit nachzeichnen, die Schatten von Mengele's Leben in Südamerika enthüllen, die unermüdliche Suche nach Gerechtigkeit untersuchen und das anhaltende Erbe einer der bösartigsten Figuren der Geschichte betrachten. Die Schrecken von Auschwitz, ein Name, der in die Annalen der Menschheitsgeschichte eingraviert ist, stehen als erschütterndes Zeugnis für die unfassbaren Gräueltaten, die während des Holocausts begangen wurden. In diesem Kapitel begeben wir uns auf eine immersive Reise in die Tiefen der Verzweiflung, in die finstere Welt, die vom niederträchtigen Josef Mengele überwacht wurde. Als Arzt innerhalb der Grenzen von Auschwitz orchestrierte Mengele eine Symphonie des Leidens durch unmenschliche medizinische Experimente, die die Grenzen menschlicher Belastbarkeit sprengten, alles unter dem Deckmantel einer verzerrten wissenschaftlichen Anfrage. Die Leinwand von Auschwitz malte ein groteskes Bild der Grausamkeit, mit Mengele im Zentrum, der makabre Experimente an Männern, Frauen und Kindern dirigierte. Dieses Kapitel zieht die Schichten des Horrors ab, um die sadistischen Taten unter seiner Aufsicht zu enthüllen, Taten, die nicht nur die Prinzipien der Medizin, sondern das Wesen der Menschlichkeit herausfordern. Die Grenzen ethischen Verhaltens wurden zunichte gemacht, da Mengele's unersättliche Neugier zu unvorstellbarem Schmerz und Leiden führte. Während wir die erschütternde Realität von Mengele's Experimenten konfrontieren, müssen wir den unbeugsamen Geist derer anerkennen, die das Unvorstellbare ertrugen. Die Gefangenen von Auschwitz, den grausamen Launen eines empathielosen Mannes ausgesetzt, zeigten bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit angesichts unüberwindbarer Hindernisse. Ihre Geschichten, oft überschattet von der Dunkelheit von Mengele's Taten, verdienen Anerkennung als Zeugnisse der Stärke des menschlichen Geistes. Dieses Kapitel dient nicht nur als historischer Bericht, sondern auch als feierliche Anerkennung des kollektiven Traumas, das von denen erlitten wurde, die Mengele's sadistischen Experimenten gegenübersteigte. Es ist eine Erinnerung daran, dass selbst in den dunkelsten Ecken der Menschheitsgeschichte das Licht der Widerstandsfähigkeit und des Mutes flackert und sich weigert, durch die Schrecken von Auschwitz ausgelöscht zu werden. Während wir tiefer in dieses düstere Kapitel eintauchen, tragen wir die Verantwortung, das Leiden zu bezeugen und sicherzustellen, dass die Echos der Geschichte uns zu einer Zukunft führen, die in Mitgefühl und Verständnis verwurzelt ist. Die Flucht nach dem Krieg, das Auf und Ab des Zweiten Weltkriegs, markierte einen entscheidenden Wendepunkt für Josef Mengele, als die Achsenmächte einer unvermeidlichen Abrechnung gegenüberstanden. In der Folge des Konflikts entfaltete sich eine beklemmende Erzählung der Flucht, die die finsteren Manöver von Mengele und seinen verzweifelten Versuch, den Konsequenzen seiner Boshaftigkeit zu entkommen, offenbarte. Dieses Kapitel zieht die Schichten der Geschichte ab, um das verborgene Netzwerk zu enthüllen, das im Schatten operierte und die Flucht von Nazi-Kriegsverbrechern ermöglichte. Mengele, geschickt darin, das Chaos des Nachkriegseuropas auszunutzen, schlüpfte nahtlos in das Labyrinth der Anonymität. Das Netz der Komplizenschaft, oft geschützt durch sympathisierende Fraktionen, ermöglichte es ihm, in die Vergessenheit zu verschwinden und das gespenstische Spektrum seiner Kriegsverbrechen zurückzulassen. Während wir die Komplexitäten von Mengeles Flucht entwirren, tauchen wir in die Schwierigkeiten ein, denen sich diejenigen gegenüber sahen, die nach dem globalen Konflikt Gerechtigkeit suchten. Die Erzählung seziert sorgfältig die Herausforderungen, denen sich internationale Behörden und Kriegsverbrecherjäger gegenüber sahen. Die verschwommenen Linien zwischen Gerechtigkeit und Pragmatismus in der tumultartigen Nachkriegszeit unterstreichen die gewaltigen Hürden bei der Zurückhaltung von Individuen für ihre Kriegsaktionen. Mengeles Fähigkeit, von einem Täter abscheulicher Verbrechen zu einem anonymen Bürger überzugehen, verkörpert die entmutigenden Herausforderungen, denen sich die Nachkriegsbehörden gegenüber sahen. Der Mantel der Anonymität hüllte ihn in eine Aura der Normalität ein und ermöglichte es ihm, sich frei durch die Schatten einer Welt zu bewegen, die mit den Nachwirkungen einer beispiellosen Verwüstung rang. Die Geschichte seiner Flucht dient als beklemmende Erinnerung daran, dass die Verfolgung von Gerechtigkeit, obwohl edel, ein komplexes und schwer fassbares Unterfangen im turbulenten Nachkriegschaos sein kann. Während wir durch dieses Kapitel navigieren, konfrontieren wir die beunruhigende Realität, dass Mengeles Flucht nicht nur ein persönlicher Sieg, sondern ein systemisches Versagen war, ein Versäumnis, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die für unvorstellbare Verbrechen verantwortlich sind. Die Schatten, die Mengeles verschwinden wirft, fordern uns heraus, über die komplexen Dynamiken der Rechenschaftspflicht nachzudenken und die kollektive Verantwortung, die wir teilen, um sicherzustellen, dass die Echos der Geschichte uns zu einer Zukunft führen, in der Straflosigkeit keinen Zufluchtsort findet. Das Leben in Südamerika, unsere Erzählung transportiert uns über die ruhigen Landschaften Südamerikas, wo Mengele, unter dem Alias Helmut Gregor Zuflucht suchend, versuchte, die Schatten seiner dunklen Vergangenheit zu begraben. In der scheinbar idyllischen Kulisse verwandelte er sich in eine Figur, die für den flüchtigen Beobachter unauffällig war, arbeitete zunächst als Landarbeiter und später als Mechaniker. Dieses Kapitel taucht uns in die paradoxale Koexistenz der Banalität von Mengeles täglichem Leben und dem kolossalen Gewicht seiner Kriegsverbrechen ein. Während Mengele in die Gesellschaft assimilierte, wird die Dichotomie zwischen seiner alltäglichen Existenz und seiner bösartigen Vergangenheit sowohl verwirrend als auch beunruhigend. Die Routine seines scheinbar gewöhnlichen Lebens in Südamerika wird zu einem erschütternden Zeugnis für die Fähigkeit der Täter, sich in aller Öffentlichkeit zu verstecken. Dieses Kapitel zieht die Schichten der Normalität ab, die Mengele umhüllten, und ermöglichte es ihm, sich nahtlos in eine Gemeinschaft zu integrieren, die ahnungslos gegenüber den Schrecken war, die er unschuldigen Leben zugefügt hatte. Indem wir in die paradoxale Natur von Mengeles Leben in Südamerika eintauchen, konfrontieren wir den krassen Kontrast zwischen dem Mann, der für unermessliches Leiden verantwortlich war, und dem unauffälligen Leben, das er führte. Die Routine seiner täglichen Aufgaben, die Interaktionen mit Nachbarn und die Fassade der Normalität, die er sorgfältig aufrechterhielt, dienen als scharfe Erinnerung daran, dass das Böse unter dem Deckmantel des Gewöhnlichen lauern kann. Dieses Kapitel fordert uns heraus, uns mit der beunruhigenden Realität auseinanderzusetzen, dass Täter abscheulicher Verbrechen scheinbar unauffällige Leben führen können und wirft tiefgreifende Fragen über die Natur von Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht auf. Während wir durch die friedlichen Landschaften Südamerikas navigieren, werden wir mit der beunruhigenden Vorstellung konfrontiert, dass diejenigen, die unvorstellbares Leid zufügen, sich nahtlos in das Gewebe des täglichen Lebens einfügen können und unterstreichen die Notwendigkeit, wachsam gegenüber den Schatten zu bleiben, die sich im Verborgenen verstecken. Die Suche nach Gerechtigkeit im Nachklang des Zweiten Weltkriegs entfaltete sich eine entschlossene Suche nach Gerechtigkeit auf der globalen Bühne. Dieses Kapitel enthüllt die unermüdliche Entschlossenheit von Holocaust-Überlebenden, Menschenrechtsaktivisten und Geheimdiensten, die Nazi-Kriegsverbrecher, einschließlich des schwer fassbaren Joseph Mengele, unermüdlich verfolgten. Indem es die beharrlichen Bemühungen von Personen wie Simon Wiesenthal und Mossad-Agenten beleuchtet, bietet dieses Narrativ Einblick in die unerbittliche Verfolgung, Mengele zu lokalisieren und vor Gericht zu bringen. Die Herausforderungen, die in der Nachkriegswelt zu bewältigen sind, werden offenbart und betonen die schwer fassbare Natur der Rechenschaftspflicht. Dieses Kapitel vertieft sich in die inhärenten Schwierigkeiten, Gerechtigkeit für die Opfer von Auschwitz zu gewährleisten, da die Echos des Krieges durch die internationale Gemeinschaft halten. Die Erzählung webt durch ein komplexes Netz internationaler Verfolgung und beleuchtet das heikle Gleichgewicht zwischen der Suche nach Gerechtigkeit und den pragmatischen Realitäten der Nachkriegsgeopolitik. Während wir dieses Kapitel erkunden, konfrontieren wir die Komplexitäten einer globalen Menschenjagd und erkennen die unermüdlichen Bemühungen derjenigen an, die darauf bestehen, Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die bei dieser Verfolgung auftretenden Herausforderungen unterstreichen die heikle Natur der Gerechtigkeitssuche in einer Welt, die sich von den Nachwirkungen einer beispiellosen Verwüstung erholt. Das Narrativ dient als ergreifende Erinnerung daran, dass selbst angesichts gewaltiger Hindernisse die Suche nach Gerechtigkeit ein wesentlicher Leitfaden bleibt, der uns zu einer Zukunft führt, in der Rechenschaftspflicht die Komplexitäten der Geopolitik überwindet. Mängeles Tod und Erbe, während sich unsere Erzählung ihrem unvermeidlichen Schluss nähert, trifft Mängeles flüchtiges Leben auf der Flucht ein unerwartetes Ende mit seinem Tod im Jahr 1979. Obwohl dieses Ereignis eine Art Abschluss brachte, blieb die Gerechtigkeit unerreichbar und hinterließ eine eindringliche Lücke in der Verfolgung von Rechenschaftspflicht. Dieses Kapitel reflektiert die komplexen Komplexitäten im Umgang mit Kriegsverbrechern und die tiefgreifende Wirkung von Mängeles Handlungen auf das kollektive Gedächtnis des Holocausts. Mängeles Tod, obwohl er ein Kapitel beendet, schmellert nicht das bedrückende Erbe von Auschwitz. Die Schatten, die durch die unter seiner Aufsicht begangenen Gräueltaten geworfen werden, bestehen fort und werfen einen langen und düsteren Schatten über das historische Bewusstsein. Dieses Kapitel lädt zur Betrachtung der anhaltenden Auswirkung von Mängeles Boshaftigkeit ein und fordert uns auf, die dunklen Ecken der Geschichte zu konfrontieren und sicherzustellen, dass die aus dem Holocaust gelernten Lektionen eine Zukunft prägen, die von Erinnerung und Widerstandsfähigkeit gezeichnet ist. Schlussfolgerung, während wir unsere Erkundung von Josef Mängeles Leben abschließen, finden wir uns in der Reflexion über die unerschütterliche Widerstandsfähigkeit derer wieder, die während der dunkelsten Tage der Menschheitsgeschichte unvorstellbare Schrecken konfrontierten. Die unermüdliche Entschlossenheit von Individuen, die unermüdlich Gerechtigkeit verfolgen, dient als Zeugnis für den anhaltenden Geist der Menschlichkeit angesichts von Boshaftigkeit. Im Gewebe dieser Odyssee taucht eine tiefgreifende Verantwortung auf, die Verantwortung sicherzustellen, dass die erschütternden Kapitel der Geschichte, wie die von Mengele geschriebenen, nicht in den Schatten des Vergessens verbannt werden. Durch Erinnerung ehren wir die Opfer und Überlebenden und durch Bildung streben wir danach, zukünftige Generationen gegen die Gefahren von Hass und Vorurteilen zu impfen, das kollektive Engagement für die Ideale von Toleranz und Mitgefühl wird zu unserem Leuchtfeuer, während wir durch die Echos von Auschwitz navigieren. Die deutlichen Erinnerungen an Mengele sadistische Experimente zwingen uns, vereint gegen die Gespenster des Hasses zu stehen, die weiterhin die Gänge der Zeit heimsuchen. Indem wir unsere Dankbarkeit Ihnen, unserem Publikum, für die Begleitung auf dieser herausfordernden Reise durch die Zeit ausdehnen, laden wir Sie ein, sich dieser Erkundung der Geschichte anzuschließen und zu abonnieren.